da Jooh wie kommt ich denn jetzt rüber ah ja ich bin ja abgeregt so bei der letzten mal als ich hier war und deswegen oh nein tuss nicht das ist jetzt unfair gewesen diese leiten sie schon ist es umfasst das nicht bitte land da und um ein dort so eine riesige plattform ob ich noch nie gesehen den geld an den starten nein das ist so vielleicht vielleicht nicht nur ein paar mehr spiel aus der screen von alpin weil es gibt so gute spiele Nein. Ich muss also auf den letzten Moment abwarten. Ach so, gut, das geht hier ne weiter. Boah, er da. Yay. Jetzt ist der End. Boah, da wie lang. Ich dachte, hier wäre jetzt das Level ungefähr vorbei. Aber naja, Fehlanzeige. Wie soll ich da drüberkommen? Ich meine, seht ihr hier irgendeine Plattform? Ne, das traue ich mich nicht. Da traue ich mich nicht zu. Äh, äh. Oh. Ja. Wow. Ja, sagt mir das doch einer! Oh, Leute. Das wird ein ganz langes Weihnachts-Special. Zehn Level und ich bin hier extrem am Abkacken. Ja, Weihnachtsmann, das stimmt. Ja, ich verstehe dich, ja. Ja, ich hatte auch die Schnauze voll. Ja, es geht dort unten durch. Ja, es geht dort unten durch. Also muss ich dann auf die Plattform springen. Und dann... Oh je je. Oh, ja, kann langsam. So. Oh. Entschuldigung. Das könnte jetzt ein bisschen laut gewesen sein. Und jetzt sollte ich ganz laut, weil ich mich aus dem Laut sprechen höre. Oh mein Gott, Level 10. Wird es das Finale sein? Wir wissen es nicht. Ich schreibe auch nie bei meinen Let's Plays Finale oder so hin. Das LP ist vorbei. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, das ist jetzt verdammt... Das Level ist so schwer. Wenn ihr dort reinkommt in das Level, müsst ihr genau aufpassen, wie ihr springt. Das ist jetzt kein Scherz hier. Oh, ich wollte eigentlich alle Geschenke einsammeln, aber naja, egal. Ich glaube, hier gibt es keinen Bonus, wenn man alle Geschenke einsammelt. Ich bin ja schon 5000 Mal abgeregt. Oh, oh, achso. Es ist das. Ist mein zweiter Spissname. Nein, alter, wieso bist du nicht... Oh, Entschuldigung. Das war mein... Oh, gut, dann mache ich halt so hier. Es tut mir leid, dass ich so schlecht spiele. Es tut mir auch leid, dass ich gerade gerübst habe. Ich bin so ein agenzieller Mensch. Ich weiß. Ach, ich kann es auch nicht ändern hier. Das Spiel macht mich gerade fertig. Oh, was ist das denn? Warum ist die so unfair? Warum ist die so unfair? Was ist denn das wieder für ein Deutsch gewesen? So, Schneemann. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dies wirklich mal klappt. Oh, das Level wird bestimmt verdammt lang und verdammt schwer sein. Ich meine, das ist Level 10. Ich glaube, das ist das Finale. Glaube ich jedenfalls. Weil ich habe es noch nie gespielt, das Spiel los. Oh, ja, einfach mal auf den, um den tut es nicht weh, oder was? Okay, ich nehme mal, bitte tu es für uns. Oh, auch so, ich kann ja auch so machen. Okay, ich darf nicht sagen. Oh, das ist ja ... Der Himmel. Der Himmel. Rühe, hier gibt es viele Geschenke. Hey, Rühe, hier ist hier nicht so. Oh, sage ich, ist eine Plattform. Ich will ja nicht klare Springen. Oh, das Level wird hoffentlich nicht. das ist so viel ist viel auf einmal weil ich dann nicht so viel durchziehen durchgucken durchblick habe ich dann keinen da wird aus dem Buch liegt daran dass ich nicht zu schlauern ist so schnell hier das muss man das ist ja mal auf dem Eis stehen bleibt es im Wunder die sind so schlecht programmiert dass das jeder die sind nicht und die man hier euch noch zwei Leben und müssen checkt man schon nicht gedacht dass sie leben und auf meine rechts und die FPS an die Stichel mal 60 ich bin ja hoffen 30 Stern oder 200 oder 520 Boah, was für mich gegen den Armin gerannt, Alter Okay, wie soll er die Seite darstellen? Dort hinten, mit der Ziel, da seht er und den Rest geht zu Weiter und dann Weiter, ja, schade Und jetzt Nein Nein Hey, wenn ihr mich nicht verstehen könnt, dass ich jetzt nicht die Geschenke einsammle, alle Dann sage ich Keine Schimmwörder, sondern sage ich Oh, durch das Spiel Wenn ihr es überhaupt bis zu Level 10 schafft, dann Werdet ihr verstehen, was ich meine Und sammelt auch schön alle Geschenke ein, ne? So wie ihr wolltet Oh, das wäre jetzt eigentlich so auf gut Glück rübergesprungen Und das auch, und das auch Und das passiert davon Mann, Alter, das ist Ey, dieses Level ist so hecatick Nein, 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 nein So Okay Die Weihnachtsmusik lenkt mich hier jetzt überhaupt nicht ab, so So, von, von dem Scheiße, harten Level hier Also guckt euch das mal Oh, und das ist an der Plattform Oh, ein Level Wieso habe ich hier schon nicht vorher gesehen? Sagt mir das Wieso habe ich das nicht vorher gesehen? Oh, oh Oh, dass ich überlebe War mir nicht klar Oh, Alter, das war jetzt so Boah, Alter Das Level ist wirklich hart Sei es nur ein Billiges Weihnachtsmannspiel Mein Weihnachtsmann Du hast schon wieder versagt Sei es nur ein billiges Weihnachtsmannspiel Guckt euch das an Alles, was der Weihnachtsmann hier berührt Außer die Geschenke und den Boden Bringt ihn um Nein, 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 nein Oh, oh Nein, nein, nein Oh, oh rumstehend überhaupt schon für mich sind ein secret weil ich brauche es wirklich das Leben bei diesen unglaublichen Sprung guckt ihn euch an guckt ihn euch an ja ich mach's einfach so mach das so das stand noch ein Leben da unten da unten den Schwung habe ich langsam begriffen m 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